Willkommen 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 Wir zocken heute, wie heißt das? SCP Containment Breach Eine neue Version des Grusel Spieles Adventures Alter ich hab schon hier so ne Latte Alter Nein, ich kenn den ersten Teil nicht Ja, ich habe mal in SCP-1186b oder wie auch immer das heißt reingespielt Aber... Mach mal einfach mal ein New Game, ne? Ja, Launch So, ich musste eben noch Launchen Natürlich Loading Nebenbei fresse ich Cookies Und jetzt loade ich wie so ein behinderter Oh, New, New, New New Game Ey, das find ich richtig klassisch, weißt, dass da noch so ne Loading-Zahl ist, ne? Was hast du gemacht? Difficulty Eklid oder Keter? Hm, das erste, was normal war angezeigt Ja, gut Gut, nennen wir uns einfach mal Ich bin das Ey, ich muss jetzt da irgendwie rein Ich muss sie Uuhu Alter, ist das hier Blut Wir nennen uns... Wie nennen wir uns, ähm... Jan, ich sag mir einen guten Namen Einen guten Namen Heil Benimm dich Benimm dich Einen guten Namen Wacht mal Monster nennen wir uns, gut Map Seed? Map Seed? Hä? Ist das was Neues oder was geht mal? Keine Treppe runter, ich glaub nicht Map Seed Alter, warum kann ich hier irgendwie... Äh... Wow, 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 wow! Ah, Hilfe! Ah, ich bin irgendwie tot Ich wusste nicht, was ich machen soll, ey Ich hatte keine Ahnung, was es geht hier, ey Ja, leg ich auf nicht Auf den Schiss, ich muss hier den Zaun noch weiter runter machen, ey Ey, was geht denn hier los? Ah, fuck! Boah! 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 Was passiert? Boah, das ist so laut! Alter, das ist echt übelst laut, ey! Das ist echt übelst laut, ey! Ich denk schon falsch Ich hoffe, du hörst mich noch Alter! Es ist nicht laut, ey! Boah! 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 Was ist das für ein Monster? Boah! 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 Gute erste Anlauf ist schon mal misslos. Boah. Boah, fuck. Music Volumes. Boah. Boah. Wow. Boah. Boah, ich bin tot. Ey, wie geht der Scheiß mit dem Eye-Contact? Ja, du darfst da nichts tun, glaube ich. Du musst darauf hoffen, dass du nicht blinzelst, habe ich irgendwie rausgelesen vorher, als ich mir das runtergeladen habe. Alter, ich glaube, wir starten gleich nochmal einen Durchgang. Ja, ich fang gerade nochmal an. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Wenn ich hier durch muss. Attention all Class-D-Personnel. Please enter the containment chamber. Sorry for testing. Ey, sollen die auch mal ein, ähm... Eins aufnehmen, wollen wir einfach nur irgendwelche andere Solo-Games machen. Ich verstehe mich nicht, ich verstehe mich nicht, ich verstehe mich nicht sofort. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, jetzt ist es hier dunkel. Ach du Scheiße. Ey, wie blinzelt man? Ja, du darfst ja nicht blinzeln, das macht der automatisch. Und wann? Keine Ahnung, das macht der automatisch. Du musst darauf hoffen, dass er nicht blinzelt. Du darfst, wenn das Monster dich anguckt, dann darfst du nicht weggucken, aber du darfst auch nicht blinzeln. Ja, dann kann man ja eigentlich gar nichts machen, ne? Ja, hast du mal das für den Vorgänger, oder warum machen wir immer das für... Ne, 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 nicht. Aber, da lief es dir nur eine Treppe runter und hast dich übelst geguselt. Aber bis jetzt ist das ja noch nicht so gruselt, würde ich sagen. Du Scheiße, was ist jetzt hier? Achtung. Du Scheiße. Roter Flur, sind wir jetzt hier. WAAAH! BOOH! BOOH! Fick dich, Ristol! Fick dich, fick dich, fick dich! BOOH! Junge! Hä? BOOH! Wie geht das denn dann? BOOH! BOOH! Fick, Junge! So, und nun der dritte Anlauf. Also, ja, keine Ahnung, der blinzelt doch sowieso irgendwann, oder? Ja, du siehst unten die Leiste mit dem Auge, ne? Ja. Das zeigt an, wann das blinzelt, habe ich gerade festgestellt. Ja, ey, das weiß ich auch schon, aber... Irgendwie vor dem Monster wegkommen, bevor du blinzelst. Ach so! Verstehe ich mir? Ja. Wenn du, wenn du das Monster an und blinzelst, dann tötet dich das. Ja, warum sagt mir das niemand? Ja, das habe ich gerade auch erst rausgefunden. place Ja, ey, jetzt weiterhelfen wir, wir machen das. Ich fang jetzt ein bisschen raus. Jetzt muss ich schon raus mit dem Essen. Jetzt wird halt an zu bilzeln. Äh, ist der Dunkelkonflikt-System so? Er ist, der da ist, dass sich ein Problem mit dem die Band-Control-Systeme zu haben, die Tür nicht weiterhelfen kann, es zu tun, er zu sein. Also, bitte, direkten Ansicht mit dem SCP-173 zu sein. Ach, am Anfang sagt er... Am Anfang sagt er, dass du musst du genau zugehören... Scheiße, was ist das so? Ich... Oh... Komm, man geht raus! Ja, okay... Ich hab hier grad Batterien eingesammelt. Wo? Ja, in dem Raum dann da. Na, das ist ja... Kann ich hier ein Inventar aufrufen, oder was? Ne, tut jetzt ja überhaupt nichts. Ne, das ist ja hier... Das sind ja verschiedene Maps. Das ist ja unterschiedlich. Wie, wir sind's auf der selben Map? Ne. Scheiße, jetzt ist das noch ein Blick. Alter, fuck, ich fiss in die Hose, ich bin... Gibt's den Inventar oder so? Da frag ich mich hier gerade auch. Weil man nimmt ja was auf, ne? Ja, ja. Ach du Scheiße, Junge. Alter, ich pisse mal voll die Hose, ey. Was ist das hier? Alter, was? Das ist eine Gasmaske. Warum hab ich ihn, warum musste ich hier eine Gasmaske nehmen? Ja, eben, ich hab auch grad eine Gasmaske gefunden. Äh... Alter, Junge, ich hab keine Ahnung, wie man die Scheiße auffügt. Und so, also schon, dass man die aufhebt, aber... Das macht man dann nervös. Ja, vielleicht kommt da noch irgendwas. Vielleicht bist du essrichtige Arsch, wenn du's dann nicht hast. Boah, ich hör was. Boah, ich hab übelst die Gänsehaut, ey. Allein... Man weiß, dass da jetzt was kommt. Aber man lässt sich so scheiße erschrecken. Alter, Sam, ich hab bei Falle Angst... Links oder rechts? Links. Scheiße, ich hab Angst, links zu gehen, Janik. Ja, was ist aber die Angst, links, rechts zu gehen, rechts zu gehen? Ja. Weiß ich nicht, du hast mich in eine Falle gelockt, glaub ich. Alter, Junge, ich werd mich schon voll den Ernstkassler gerade. Ja, da kann man was aufheben! Irgendwie Karte. Ey, ich weiß nicht mal, wo der Typ ist, ich weiß nicht, wo der ist. Ja, der verfolgt dich ja, der kommt irgendwann, Janik. Irgendwann. Ja. Fuck! Ich hab' Geräusche! Was ist das denn hier für Negrer, warum... Wenn du nicht willst, dass du eine Herzkasse kriegst, alter'n Sesel den Maul! Weil, boah, Junge! Alter, er soll noch dieses beschissene Bio-Hesertzeichen, ey! Ja, hab' ich hier gerade auch! Und wann kommt der an Twitter nicht? Secure, Contain, Protect. Hier wollen wir mich verarschen. Buh, hat er das Gehirn drauf. SCP-3... Ich will jetzt wissen, wann der kommt. Object Class, Euclid. So offensichtlich blinzert doch keiner Gehirn. Mit Auge drauf. Im 3, Sentient, Object. Was heißt denn, Sentient, Object? Wenn wir an uns, dann. Was heißt Sentient? Wow, fuck! Was, ich bin gut. War der da? Nee, ich bin ins Stromnetz gelaufen. Ja, ich hab übelts Schiss, muss ich sagen. Ich hab auch, also, ich hab mir die Hose. Boah, Junge. Das ist ein Glück, es ist jetzt vorbei bei mir. Ja, das war ja... Nee, du musst neu starten, ne? Ja, schon klar. Weil ich jetzt weiß, ich war ja gerade down. Als er... Hauptsache mal hebt direkt am Anfang ne Gasmaske auf. Ich meine... Fuck, was geht jetzt falsch? Bist du down? Hä? Da war doch überhaupt nix. Ich bin hier gegen die Wand gelaufen, ne? Und dann falle ich plötzlich runter. Ich glaub, ich hab hier grad nen Bug entdeckt oder sowas. So, vierter Anlauf. Ach, die Leute, die sich das angucken, die wollen alle nur sehen, wie wir uns zu Tode gruseln. Wie wir den Herzkasten weit kriegen. Enable Intro Scene. Aus. Start. Ey, was ist das für ein Negatyp, der hier steht? Also es ist kein Negatyp, sondern es ist hier... Um auf dem Emporo oder was? Nein, im Loading-Bildschirm noch. Was ist überhaupt der Sinn dieser Firma? Alter, es ist hier voll dunkel, tatsächlich. Ich krieg schon meinen Herzkasten rein, ich erzähle hier. Alter. Sag mir schnell, wie man den Inventar öffnet. Das ist doch blöd. Boah, diese Stimme am Anfang, boah. Du kriegst wegs den Herzkasten, ne? Nö. Ja, warum sind die ganzen Türen hier... Okay, warum sind die ganzen Türen hier offen? Boah, fuck. Boah. Vielleicht wäre der schon mal was. Boah. Boah, ich ist grad vor meinen Augen zugegangen. Boah, ich muss mal das hier mal türen, nochmal. Ey, Leute, das ist jetzt ein ganz anderes Mepp. Oh, ne. Link oder rechts? Rechts. Nein, ich geh da nicht lang, ja nicht. Ach, mit Leertasse kann man auch mit Absicht blinzeln. Was? Mit Leertasse kann man mit Absicht blinzeln. Das interessiert mich grad nicht. Ich hab hier fast einen Herzkasper. Ja! Boah! 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 Boah, das reicht für heute, glaub ich. Ey, ich muss mir mal eben... durchschließen, glaub ich erst. Jannik, sollen wir, sollen wir für heute aufgeben? Lass uns erstmal ein paar Vorinformationen geben. Hier ist gerade so ein Biotech-Raum, wo... What the fuck? What the fuck? Boah, Junge. Also wenn man den ansieht und blinzelt, ist man down. Ja, wenn man den ansieht, nicht blinzelt, aber weggeht, ist man auch down. Also wenn man sieht, ist man quasi down. Ja, ich weiß aber nicht, wie man das anders hinkriegt. Ja, einen Versuch starten wir noch. Ich glaube, es ist jetzt der fünfte. Was ist eigentlich jetzt das Ziel hier? Ja, keine Ahnung, so weit wie möglich zu kommen oder sowas. Oder am Ende seine Sachen dann irgendwo hinzulegen. Ja, vielleicht ist auch einfach das Ziel, aus dem Gebäude rauszukommen. Könnte ja auch gut sein, oder? Woah, he gets... Woah, fuck, fuck! Was ist das? Hier ist voller creepy... Das ist wirklich das Herz auf Tour und... Hey, Yannick, du musst mal mit Augen zu rumlaufen. Oh, fuck that shit, Alter, das reicht für heute. Nee, komm, einen anderen muss doch noch... Hey, nee, meine, Alter, ich habe... Doch, ich habe mich auch durchgekommen, komm, einen noch. Ich habe doch schon sechste, glaube ich. Ja, ich bin jetzt bei meinem siebten, also komm... Alles, ja. Komm, einen noch. Ja, okay. Das sind wirklich individuelle Maps. Oh, fuck, Alter. Aber weißt du, was ich noch nicht weiß? Was? Was man denn macht, wenn man ihn wirklich trifft? Was macht man dann, Yannick? Keine Ah, ich bin angedeiht. Ach, Yannick, ich glaube, das ist ein Labyrinth. Ach, ich. Und du musst den richtigen Ausweg finden. Ach, du Scheiße. Ja, sonst haben die auch nichts Besseres zu tun, oder? Boah, ey, das muss man mal mit dem Facecam filmen, aber ich habe leider keine Webcam. Das hättest du... Oh, fuck, Alter. Ich habe mir... Ey, Junge, das war echt zu viel, gerade. Ich habe da direkt... Mein Herz, Gott. Das war so creepy erst mal, so eine Location. So creepy, Alter. Sorry. Das ist echt creepy, Alter. Also, ich denke, ich bin jetzt mal so, fuck's that shit, Alter. Ich bin jetzt mal so, fuck's that shit. Ja, ich bin jetzt mal so. Ich bin jetzt mal so, fucking cool, wash auf dem PC. Ich bin jetzt mal so, auntie, ich bin jetzt mal so, ato. so übel zu creepy Raum, der rot war und so hoch gelöchelt und da waren dann so zwei Rauchsäulen und äh, da stand der Typ dann drin, da hab ich dann schlussendlich bin ich dann da gedeiht, wirklich äh. Weißt du, was ich noch nicht weiß? Janik, man kann auch sprinten. Jaja. Ich glaub ich lauf jetzt hier grad wieder zurück in meinen Anfangsraum. Ja, scheiße. Lol, Junge, ich hab so Schiss. Ich hab so fucking Schiss, Junge. Boah. Das ist so, das ist so. Ah, ich hab das WC gefunden. Boah, ich geh jetzt erstmal dick strullernd auf dem Damenklo. Wer denn erwartet der jetzt auf mich hier? Ah, das macht, was macht das hier für Geräusche? Was macht das hier für Geräusche? Was macht das hier für Geräusche, ne? Das ist mir gleich ein Herzkosper. Hab ich schon fünfmal gehabt. So, jetzt gehen wir noch zu den Männern. Da erwartet dich der Typ, ey. Da seh ich schon kommen. Ey, die haben überhaupt keine Stehklos hier. Was muss man denn machen dann, wenn man den Typ da sieht? Ey, noch mehr WC? Ja. Ja. Alter, ihr kriegst echt so ein Herzkosper, wenn ihr den siehst, ne? Das sag ich dir. Aber wir müssen dafür den Downloadlink in die... unten reinstellen. Ähm. In die Beschreibung. Hä? Was war das denn grad für ne Wand hier? Hä? Buck? Fetter Buck erstmal. Buck, alter. Buck. Buck, du meinst. Ach, ich muss auch immer in den... ich muss dann... man muss dann wahrscheinlich überall vorbeilaufen. SCP. Ey, ich kann nichts mehr aufnehmen, Janik. Warum nicht? Wahrscheinlich ist mein Inventar zu voll. Ey, da ist ne Karte! Wie kriegt mein Inventar leer? Keine Ahnung, wie man auch ne Karte... Fuck. Ich weiß nicht, wie mein Inventar öffnet. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist ne Karte. Ich brauche ein Inventar. Hallo, alle zusammen. Da! Ich hab's gefunden. Heftig sei nicht. Leertaste, Leertaste. Ach, äh, Tab-Taste, Tab-Taste. Ey, ich hab einen Navigator gefunden, Janik. Hä? Ich hab einen Navigator gefunden. Wie denn? Ja, ich hab... ich hab das, äh, mit Tab geöffnet. Und dann hatte ich so einen Navigator da. Gasmaske, die zieh ich erstmal an. Hat man denn ne veränderte Sicht? Das kann ich mit der Batterie machen. Ne, nix. Was? Janik, ich glaube, ehrlich... Ja, die Sicht verändert. Ja. Das sind zwei so Schlitze. Ne? Doch, lol. Das macht das Shepard dann voll, Janik. Was? Das Shepard dann voll, Junge. Was? Du hast sogar einen Aufblick. Ah! Boah! 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 Voll in Strom gelaufen, Junge! Boah. du bist nicht mehr spielen ich bin schon zufrieden ich hab ich bin ja auch schon mal in die Show gelaufen das reicht für heute das war SCP mit Yannick und Sam vielleicht dringen wir uns ja nochmal durch wenn wir besser informiert sind und wissen was wir dann tun wenn wir ihn treffen den SCP gut tschüss Yannick sagst du bitte Franchi tschüss ja verpisst euch hier kleinen Big Sons ich kann alle mal in die Erde schmoren gehen das meint er natürlich nicht so er ist ein bisschen süßig angekränkt aber also gut tschüss also und und die